Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend mit Claudia Jung. Claudia Jung ist Schlager. Sie ist Schlager. Ich weiß, mein Herz lässt dich nie allein. Es wird mein Leben lang bei dir sein. Claudia Jung war ja mal Ute Singer, Sekretärin irgendwo, also ganz bescheiden hier im Ruhrgebiet in Mettmann, glaube ich, Arbeit oder in Düsseldorf. Und von einer Sekretärin zur Schlagesängerin, da musste man einiges verändern. Er hat auch so ein bisschen Frisuren-Trend gesetzt. Die war immer mit ihrem Pony auch sehr progressiv, was ich nie war. Mann, oh Mann, was damals ein Haarspray gebraucht wurde. Unglaublich, bis die Bombe saß. Es gibt ja Frauen, die werden, wenn sie älter werden, immer hübscher. Und Claudia Jung ist ein perfektes Beispiel dafür. Das war einer ihrer großen Hits, ne? Claudia Jung und Richard Leidermann. Ich hab sie mal gefragt, wie hast du den Mann eigentlich überredet, dass dieser Weltstar mit dir zusammen was macht? Ja, sie habe so einen Packen Rosen genommen, sei nach Paris gefahren, hat sich dahingestellt, nur gelächelt und es hätte dann auch schon funktioniert. Claudia Jung ist definitiv eine Ohrwurm-Lieferantin. Sie ist die Musik, die sie repräsentiert, das ist sie auch. Und deswegen glaubt man ihr auch das, was sie singt. Und man merkt, das kommt wirklich von ihren Herzen. Du bist mein Teil von mir, mein ganzes Leben.